Sancho, wie beneide ich doch meine Feinde. Beneiden? Ja, sich vorzustellen, dass sie die heilende Berührung meiner Dame Dulcinea erfahren. Sancho, lasst ihr das zum Beweis dienen. Ritterlichkeit triumphiert. Tugend siegt immer. Ja, jetzt in der Stunde des Siegers stehe ich zu meinem Rittertum mit meinem Eide. Bis an mein Lebensende, so gelobig will ich. Dich träumen, unmöglichen Traum. Dich fordern, unschlagbaren Feind. Dich tragen, untragbaren Kummer. Und stürmer, guter Tapas der Fliet. Was hat das zu bedeuten? Eine Inquisition. Sie kommen, um jemanden zu holen. Sie holen ihn raus. Schleppen ihn zum Verhör. Und bevor er es weiß, brennt er schon. Holen Sie mich? Sehr leicht möglich. Habt ihr Angst, Cervantes? Wo ist euer Mut? Oder gibt's den auch nur in eurer Fantasie? Kein Entkommen, Cervantes! Hier geht's ums wirkliche Geschehen. Und zwar nicht für euren tapferen Mann von La Mancha, sondern für euch. Schnell, Cervantes! Ruft ihn doch zu Hilfe! Soll er euch doch davor retten, wenn er kann. Nein! 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 Nein!